An einem gewissen Punkt wird es einen Knall geben, also an einem gewissen Punkt wird bei der SoFi-Aktie das Ganze entweder nach oben knallen oder nach unten knallen. Und was genau der Hintergrund dafür sein wird oder wann es passieren kann, das werden wir uns mal in diesem Video anschauen. Ich werde noch zusätzlich mal ein bisschen auf das erste Quartal eingehen, aber ich denke, das habt ihr euch auch so stark zu Gemüte geführt mal in den letzten Tagen, dass ich auch darüber hinaus, wie gesagt, auch den Blick einwerfen möchte, um halt auch die Zukunft von SoFi so ein bisschen näher im Detail zu beleuchten und was eben dafür sorgen könnte, dass wir diesen Knall nach oben oder nach unten sehen könnten, wieso das überhaupt so ist. Wir schauen uns mal grundsätzlich kurz den Aktienkursverlauf an, aber bevor wir das noch machen, wichtiger Hinweis, Aktion 25 Euro sichern beim Zero Broker, einer der besten Broker hier in Deutschland und dem Broker, den ich auch selber benutze. Dazu einfach mal dem ersten Link unter dem Video folgen, Depot eröffnen mit dem Promo-Code und dann sichert ihr euch 25 Euro und müsst dafür nicht mal das Haus verlassen. Wie gesagt, erster Link unter dem Video und jetzt schauen wir uns einfach mal den Kursverlauf an. Also SoFi hat jetzt auch einen speziellen Kursverlauf, sage ich mal, über die letzten Monate. Ich habe es in meinem letzten Video schon gesagt. Jedes Mal zum Quartalsbericht steigt die Aktie entweder kurz davor deutlich an oder zum Quartalsbericht steigt sie an und crasht dann danach nach unten, obwohl eigentlich immer die Erwartungen geschlagen werden und die Zahlen sehr, sehr gut sind. Auch diesmal haben wir die Erwartungen vom Markt geschlagen. SoFi konnte sehr gute Quartalsdaten präsentieren, konnte den Umsatz um 4,5% besser zeigen, als von den Analysten erwartet war. Und vor allem die Bottomline, ja, die ist noch besser, hier um 186% besser, als die Analysten erwartet haben. Ja, achtet jetzt vielleicht nicht so sehr auf diesen Prozentsatz. Der ist bei diesen Unternehmen, die gerade erst in die Gewinnzone reinrutschen, können hier ein paar Millionen mehr oder weniger schon deutlich starke Aussagen im Prozentsatz liefern. Trotzdem muss man hier eben, wie gesagt, zum Bild sagen, SoFi hat sehr gute Quartalszahlen präsentiert. Wir blicken mal rüber und wir sehen hier einfach weiterhin ein schönes Wachstum überall, wo wir ein Wachstum sehen wollen. Mitglieder wachsen, Produktanzahl wächst. Wir haben hier auch bei den Galileo-Accounts haben wir wieder ein Wachstum, das sehr positiv ist. Und wie gesagt, überall, über Bord können wir sehen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Dann sehen wir hier auch von der Performance her im ersten Quartal vielleicht so das erste Fragezeichen, wo der Markt sagen könnte, oh, das ist ja schlechter als jetzt zum Beispiel Q4 letztes Jahr. Das ist aber auch schon in der Guidance komplett drin gewesen und teilweise ist auch das erste Quartal von einer schwächeren Saisonalität geprägt. Also von hier würde ich sagen, gibt es jetzt auch grundsätzlich kein größeres Fragezeichen. Denn wenn man vor allem mal auf die eigene Guidance schaut, dann hat man ja dem Markt eine Schätzung gegeben, wie das erste Quartal sein wird. Man hat gesagt, irgendwo zwischen 550 und 560 Millionen an Umsatz wird man generieren. Das hat man jetzt eben, wie gesagt, geschlagen. Genauso gut konnte man auch Gap Net Income schlagen, also das Nettoergebnis. Ja, hier waren Einmaleffekte drin, aber selbst wenn man diese rausrechnen würde, war das Ergebnis stärker als die eigene Guidance. Also im Endeffekt genau das, was schon seit zig Quartalen das Management abliefert. Man setzt ein Ziel und dann schlägt man das Ziel und sagt, ach ja, übrigens im nächsten Quartal, wir erhöhen unser Ziel nochmal. Dann schlägt man es und erhöht nochmal und so geht es eigentlich von Quartal zu Quartal das ganze Jahr über immer weiter. Es gibt aber ein Problem in diesem Sinne und das ist das zweite Quartal, also das jetzige Quartal. Das ist vom Ausblick her schlechter gewesen, als der Markt erwartet hat. Und vor allem wird man auch hier mal, wenn man mal drauf guckt, ja, Umsatz, wenn man mal hier auf den aktuellen Umsatz guckt. Oh, okay, Umsatz geht zurück gegenüber Q1, das ist nicht schön und vor allem noch schlechter ist hier Gap Net Income, also praktisch das Nettoergebnis, geht auch zurück. Und zwar deutlich zurück und da muss man jetzt halt auch sagen, okay, wie gesagt, hier einmal Effekte und zum anderen ist es trotzdem immer noch genau das Playbook, was das Management gesagt hat. Das Management hat gesagt, Leute, wir schätzen ein gewisses Risiko auf dem Markt ein. Von den Arbeitslosenzahlen her, von dem Wachstum auf den US-Markt und wir werden uns dementsprechend positionieren. Aber obwohl wir uns dementsprechend positionieren, werden wir für das gesamte Jahr 2024 eine Guidance rausgeben mit einem sehr starken Wachstum. Das heißt, wir werden grundsätzlich zwar unser Kreditgeschäft etwas zurückfahren und uns dort auf mehr Qualität fokussieren, aber wir werden andere Bereiche haben, vor allem Financial Services und die Tech-Plattform, die uns ein so starkes Wachstum liefern, dass wir hier überkompensieren und eben im Wachstumsmodus drin bleiben. Also im Endeffekt Q2, ja, wird schwächer, aber die Guidance 2024, die wurde auch nochmal angehoben, wird also nochmal stärker. Von daher, ja, also im Endeffekt passt es weiterhin. Wieso reagiert dann der Markt so ein bisschen, ich sag mal, eher vorsichtig, beziehungsweise die Aktie ist ja danach um etwa 10% die nächsten Tage nach unten gegangen. Wobei man muss sagen, ja, 10% runter. Wir befinden uns immer noch auf diesem Niveau, auf dieser Range, die wir auch schon seit Monaten hier entsprechend verfolgen. Also es ist grundsätzlich nicht extrem viel passiert. Und man muss dazu sagen, der Markt hat jetzt vor allem zwei Dinge im Blick und ich habe die letzten Monate, muss ich schon ehrlicherweise sagen, ich habe viel mehr die Bären verfolgt, also das Bärenlager und die ganzen Informationen, die ganzen Bärcases, die dort rausgehauen werden. Und einfach mal abzugleichen, bin ich irgendwo auf einem Auge blind, ja. Sehe ich jetzt irgendwie ein gewisses Risiko nicht, dass jetzt die Bären hier einpreisen oder zeigen und wird mir das um die Ohren fliegen. Und ich habe euch schon vor einigen Monaten, einigen Quartalen gesagt, man wettet mit der SoFi-Aktie gewissermaßen auch auf die US-Wirtschaft. Ist die US-Wirtschaft stark und geht gleichzeitig die Inflation zurück, dann wird SoFi profitieren und dann wird es eben diesen Knall nach oben geben. Passiert das Gegenteil, das heißt, die Arbeitslosenzahlen steigen plötzlich massiv an und wir rutschen in eine massive Rezession. Dann kann es sein, dass eben das Bärenlager recht behält und wir eben ein massives Abrausch nach der Aktie sehen werden. Und genau darauf setzen ja die Bären. Also die Bären, die Personen, die jetzt auch SoFi und die SoFi-Aktie shorten, die setzen darauf, dass wir hier jetzt gewisse Risiken drin haben. Die sehen wir jetzt übrigens mal hier unten. Ich gehe nochmal ein Stück runter. Also diese Bären, diese Short-Seller sehen hier genau hier ein Risiko. Wenn wir hier von totalem Kreditvolumen von 23 Milliarden 15 Milliarden an Personal Loans haben, also ungesicherte Kredite, dann sagen die, diese 15 Milliarden sind mit einem so hohen Risiko, dass wenn eben die Rezession eintritt und wir bei SoFi Kreditausfallraten sehen werden, dann wird SoFi hier überproportional verlieren. Vor allem, weil man hier auch nach Fair Value entsprechend, also hier seht ihr hier, at Fair Value, also praktisch die Bilanzierung dieser Kredite ist at Fair Value und dementsprechend haben wir einen viel größeren Hebel, um dann negative Marktereignisse über die SoFi-Aktie abzubilden. Das ist der Bear Case. Also praktisch Risiken in der Bilanz, die sich materialisieren in einer Rezession in steigenden Arbeitslosenzahlen und trotzdem vielleicht sogar eine Inflationsrate, die dann weiterhin heiß läuft, also einer extrem schlechten Marktsituation. Das ist der Bear Case. Also wirklich eher sehr stark makroökonomisch getrieben. Nicht unbedingt, weil die SoFi-Aktie oder das Management so schlecht abliefert, das kann man definitiv nicht sagen, sondern eher aus makroökonomischen Gesichtspunkten, einfach als Hedge. Der Bullen Case hingegen, also das ist praktisch der Bear Case, der zieht dann an diesem Aktienkurs und zieht nach unten. Das ist die eine Kraft. Die andere Kraft, die den Aktienkurs versucht, nach oben zu drücken, ist die Aussage, dass wir hier bei der SoFi-Aktie eine einmalige Konstellation und Situation am Markt haben, nämlich ein Unternehmen, das zunächst einmal von einer Nische gestartet ist, der Studentenkreditverleiher, die durch sehr gutes Management einfach durch eine existenzielle Krise gegangen sind, denn die ganzen Studentenkredite waren kurzzeitig dann weg, nachdem die US-Regierung gesagt hat, braucht ihr nicht mehr zurückzahlen, wir stehen hinter euch und haben es geschafft, in dieser sehr schwierigen Phase, das Kerngeschäft, wo sich deutlich erweitert hat, massiv zum Wachs zu bringen. Ihr seht hier alleine, im ersten Quartal, im Jahr 2020, hatten wir Mitglieder oder Member, wie die Kunden praktisch von SoFi genannt werden, von knapp einer Million, also eine Million Mitglieder. Jetzt haben wir das Achtfache, also jetzt haben wir acht Millionen Mitglieder innerhalb von vier Jahren. Man hat sich verachtfacht, im Sinne von den Mitgliederzahlen. Vielleicht sind hier gewissermaßen noch ein paar Leichen drin, weil, ja, im Endeffekt, wenn jetzt einer irgendwie einen Kredit macht und dann einfach nur seinen Studentenkredit hat und dann nichts mit SoFi macht, dann ist es gewissermaßen leicht. Aber trotzdem können wir sehen, dass jetzt auch von Monat zu Monat auch die Anzahl der neuen Mitglieder, die reinkommen, weiter ansteigt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel im ersten Quartal wieder die zweitgrößte Mitgliederwachstumszahl gesehen, nach dem dritten Quartal 2023. Man sieht also, SoFi ist schon sehr interessant für die ganzen oder für sehr viele Kunden einfach in den USA, die einfach eine digitale Bank haben wollen und nicht irgendwie jetzt immer ständig zum Bankschalter rennen wollen, was ja bei uns in Europa, sag ich mal, schon eh ein Trend ist, der schon seit vielen, vielen Jahren geht. In den USA jetzt auch nochmal stärker. In den USA gab es auch schon digitale Banking-Möglichkeiten, aber auch dort ist der Trend noch stärker, auch weiterhin vorhanden zum einen. Und zum anderen aber, was jetzt vielleicht so ein bisschen gefehlt hat, war diese ganzheitliche Lösung. Ich musste, wenn ich irgendwie Brokerage, also praktisch, wenn ich Aktien kaufen will, dann brauche ich den einen Anbieter. Wenn ich dann Kredit haben will, brauche ich einen anderen Anbieter. Wenn ich einen Studentenkredit haben will, dann muss ich mir nochmal jemand anders suchen. Und wenn ich irgendwelche Versicherungen haben will, dann muss ich zu einem vierten gehen und bei einer Hausfinanzierung muss ich mir nochmal jemand anders suchen. Und hier zählt eben SoFi darauf ab, eben all das unter einem Dach zu haben und dann eben in dieses Flying Wheel zu kommen. Das heißt, dass man den Kunden aus dieser gesamtheitlichen Betreuung und Perspektive und weil man dann nur noch diese digitale Lösungsmöglichkeit hat, überall bei jedem Produkt einfach bessere Konditionen bieten kann, bei gleichzeitig eben einem höheren Margensatz für einen selber, weil man eben nicht diese ganzen Betonleichen pflegen muss, bezahlen muss, bauen muss und auch die Anzahl der Mitarbeiter auch deutlich reduziert wird. Also in gewisser Maßen, ich bin schon bei ein paar Videos darauf eingegangen, ist es eben dieses Innovators Dilemma, wo jetzt genau SoFi genau da ansetzt und aus einer Schwachstelle ein etwas Positives rausdreht und so eben dieses massive Wachstum generieren kann. Auch hier bei der Anzahl der neuen Produkte, die korrelieren ja sehr stark mit dem Member-Wachstum, sehen wir auch hier zweitgrößtes Wachstum von Produkten. Und hier würde ich vielleicht sogar noch stärker drauf blicken, weil das Wachstum der Member ist ja das eine. Wichtiger ist ja auch immer vor allem, greift dieses, also dieses Rad, greift dieses Rad und wenn jetzt ein Member reinkommt, fängt er mit einem Produkt an und im Laufe der Zeit baut er das aus. Das heißt, die Anzahl der Produkte pro Member sollten wachsen. Das stimmt meiner Ansicht nach immer noch. Also wenn man jetzt hier vergleicht, das Wachstum von fast eine Million Produkten zu 622.000, dann ist das irgendwie so ein Faktor 1,59, 1,60 oder 1,59, wo hier entsprechend pro Kunden als Produkt gezeigt wird. Ja, und das ist ganz gut. Das sollte langfristig sich irgendwo erstmal um 1,5 stabilisieren, vielleicht im Laufe der Zeit dann wieder wachsen. Also auf jeden Fall ist das ein Punkt des Bull Cases. Die Anzahl der Member, die Mitgliederzahl und das Banking-Volumen steigt einfach immer weiter. Das zweite, was zum Bullen-Case eben ganz wichtig ist, ist diese Tech-Plattform. Bisher ist es so, dass SoFi, wenn man die Bewertung anschaut, eigentlich dieses Multiple eines Fintech-Unternehmens einfach nicht bekommt. SoFi wird bewertet eben so ein bisschen als Bank mit einem gewissen Risiko. Also das Wachstum wird nicht so wirklich mitberechnet und das ist eben ein Punkt des Bull Cases, wo es dann heißt, wenn das hier eintritt, dann muss es eine Neubepreisung des Unternehmens geben, dann muss es eine Neubepreisung der Aktie geben und dann zieht jetzt praktisch diese Kraft, diese Bullenkraft jetzt in die andere Richtung nach oben und der Bear-Case nach unten und irgendwann wird eine Kraft nachgeben und dann gibt es eben den Schlag nach oben und dann den Schlag nach unten. Ich persönlich, weil ich ja investiert bin, für mich sieht es im Moment wirklich mehr aus, danach aus, dass es eben langfristig diesen Schlag nach oben gehen sollte. Wenn ich mir mal meinen Bull Case oder meinen normalen Case anschaue in diesem Sinne, also nicht meinen Bull Case, sondern einfach nur, wo die Aktie meiner persönlichen Meinung nach stehen müsste bei der aktuellen Bewertung, dann wäre das hier im Feld von 13 bis 14 US-Dollar. Also kann man grob sagen, der Aktienkurs müsste sich verdoppeln, damit wir eine aktuelle faire Bewertung haben. Wie komme ich drauf? Nun, Sofa, wie gesagt, besteht aus zwei Bereichen. Man besteht zu einem aus diesem digitalen Banking-Bereich für die Privatkunden und dann gibt es eben diesen Banking-Core und Finanzdienstleistungsbereich aus dem Fintech-Arm. Das heißt, wenn man hier mal einen Vergleich ziehen will, es gibt ja auch so etwas wie eine Makita, die auch schon sehr lange auf dem Markt sind im Bereich Finanzdienstleistungen für Anbieter. Dann haben wir im Banking-Core-Bereich haben wir FIS, wir haben Finastra und wir haben wirklich viele, viele weitere Unternehmen, die genau in diesem Markt aktiv sind. Stellenweise sind sie privat gehandelt, manche sind davon auch selber Börsen gelistet, wie hier zum Beispiel auch Encino. Und wenn man da mal schaut, okay, wie hoch ist der Umsatz, wie hoch ist die Bewertung auf dem Markt, dann haben wir hier irgendwie eine Bewertung von diesen Unternehmen, die teilweise nicht mal profitabel sind, aber in einer ähnlichen Umsatzliga spielen wir zum Beispiel Galileo. Dann haben wir irgendwo zwischen zwei, drei Milliarden Euro an Marktkapitalisierung allein für diesen Fintech-Bereich. Und selbst dieser Fintech-Bereich ist im Moment durchlebt aus und ich sage mal eine kleine Krise. Also die Aktienkurse sind hier auch nicht auf ihren Höchstständen. Wenn ich mir also rüber gucke und sage, okay, wenn jetzt eine Sofa mit sieben Milliarden Marktkapitalisierung ist und ich müsste alleine zwei Milliarden eigentlich für Galileo ausbringen, habe ich eine restliche Bewertung von fünf Milliarden für das ganze Bankengeschäft, für die ganzen, für das ganze Wachstum auch, was mir in den kommenden Jahren dann zu Füßen fallen sollte, dass es eben diese Neubepreisung im Bullcase deutlich stärker nach oben ziehen würde, wenn jetzt eben dieser Bullcase eintritt und nicht der Bearcase. So und jetzt kommen wir auch zu der Frage, wo ich jetzt auch hier eben entsprechend eingehen will, wieso halte ich es für wahrscheinlicher, dass wir in den kommenden Monaten eher eine ja ein stärkeres Eintreten des Bullcases sehen werden und eine Neubepreisung vom Markt eigentlich erfolgen müsste. Wenn wir uns mal anschauen und wie gesagt, ich habe die letzten Wochen und Monate vor allem eigentlich die Bearcases angeschaut, dann gibt es hier im Endeffekt zwei Punkte, auf die die Bären abzielen. Also der eine Punkt, den habe ich vorhin schon erwähnt, das ganze Risiko hier in diesen Personal Loans. Also in dem Bereich, hier haben wir ein Risiko drin, dass wenn es eben eine Rezession gibt oder die Arbeitslosenzahl ansteigt, dass hier Kreditausfallraten steigen werden, wie wir es teilweise schon sehen im Kreditkartengeschäft und das wird dann eben dazu führen, dass Sofa hier große Abschreibungen auf seinen Fair Value Wert durchführen wird müssen oder sogar auf einen großen Teil unterhalb des Fair Values. Das heißt, man muss dann Abstriche machen zu dem Wert, also könnt ihr euch so vorstellen, wir haben jetzt eine Million an Krediten ausgegeben und wir bekommen jetzt aber nur noch 900.000 zurück. Das heißt, dann eigentlich dieser Bereich aus den Gewinnen auch Verluste werden und diese Verluste dann dazu führen, dass jetzt eben Sofa anfangen muss, neues Kapital einzusammeln. Das ist eben auch dieser Backcase, der dann hingeht und sagt, okay, wenn jetzt die Anzahl der Ausfallraten so hoch steigt, dann wird Sofa hier auf den Kapitalmarkt auftreten müssen und dann eben frisches Kapital reinholen, damit man eben hier weiterhin als Bank sich finanzieren kann. Das ist dieser Bearcase, der eingetreten wird und gleichzeitig sagt man ja auch in Tech gibt es eh nicht, die wachsen doch eh nicht, gibt es nicht. Also dieses Fair Value, Fair Value Thematik, die immer wieder auch angepriesen wird von den Bullen, wo man einfach sagt, ja die Bewertung der Kredite in den Büchern ist zu hoch und gleichzeitig wird man hier darauf Abschreibungen treffen müssen und weil man Abschreibungen treffen wird müssen im sehr großen Stil, wird das eben dazu führen, dass man eine Kapitalerhöhung anstrengt. Jetzt gibt es hier seit einigen Monaten ein paar Ereignisse auf dem Bankenumfeld, das sehr, sehr interessant ist und meiner Ansicht nach genau dazu führen wird, dass SoFi genau diesen Bearcase hier, ich sage mal, mehr oder weniger ausräumen wird, nämlich gibt es seit Ende letzten Jahres die Diskussion, dass die Banken und im Moment sind es teilweise erst noch die großen Banken wieder damit anfangen oder was heißt wieder grundsätzlich damit anfangen über bestimmte Finanzprodukte das Risiko in den Büchern zu verkaufen und zwar das Risiko im Sinne von Ausfallraten, also genau der Punkt wo die Bären jetzt drauf angreifen und sagen SoFi wird hier die Ausfallraten, die werden steigen und dann wird das sehr schlecht für das Geschäft sein, genau da hat man jetzt die Möglichkeit als Bank und die regulatorischen Vorschriften haben hier einem jetzt viel mehr Spielraum gegeben auch von den US-Märkten her, also wir sehen hier auch schon JP Morgan sieht diesen Markt auf 60 Milliarden ansteigen, dass hier jetzt eben die Banken viel mehr Spielraum bekommen, diese Risiken, die sie in den Büchern haben und die nach der Finanzkrise eigentlich auch dazu oder erst sozusagen festgeschrieben wurden, dass jede Bank einen gewissen Teil des Risikos auch in den eigenen Büchern tragen muss, dass das jetzt eben wieder mehr Spielraum bekommt, dieses Risiko an irgendwelche anderen Käufer auszulagern und das wiederum jetzt in der Kombination mit den Aussagen, die das Management auch getroffen hat von wegen, hey, wir könnten viel mehr Kredite ausgeben, wir könnten weiterhin massiv wachsen, wir fahren jetzt aber unser Kreditportfolio zurück, weil wir eben diese Risiken rausnehmen wollen und wir eben einen sehr, oder mit einem sehr schlechten Markt rechnen, wir sind darauf vorbereitet auf die Rezession, da werden wir sehr gut durchkommen, dann ist einer dieser zusätzlichen Bausteine eben auch diese neuen Möglichkeiten von der Veräußerung von sogenannten Risiken, die dann eben durch diese Ausfallraten eintreten könnten. Das sind eben relativ neue Produkte, sage ich mal, die jetzt hier auch SoFi die Chance geben würden, diese Risiken und diesen Bearcase rauszunehmen komplett und ich denke, da wird meiner Ansicht nach jetzt auch in der ganzen Community von SoFi so ein bisschen weniger drauf geschaut, wo ich aber sage, meiner Ansicht nach wird genau so über diesen Weg gehen, also man wird das Risiko aus den Büchern verstärkt rausnehmen, man wird etwas weniger wachsen, jetzt auch im zweiten Quartal, man wird vielleicht diese Versicherung abschließen oder Credit Linked Notes sind das dann sozusagen so Anleihen, die man teilweise dann praktisch absichert und sein Portfolio absichert an Personal Loans und die das Risiko eben rausschiebt und das wird eben dazu führen, meiner ganz persönlichen Ansicht nach, ich bin jetzt übrigens hier im vierten Quartal, das richtige Quartal ist hier, wird meiner Ansicht nach dazu führen, dass der Bearcase dann eigentlich keine Materialisierungsmöglichkeiten mehr haben wird. Könnt ihr euch so vorstellen, wenn jetzt die ganzen Short-Seller hingehen und sagen, wir wetten darauf oder wir sichern uns in dem Sinne ab, dass die Risiken sich materialisieren, dass die Ausverraten deutlich ansteigen und dann kommt jetzt auf erher und sagt, okay gut, wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Möglichkeiten wahr, die uns der Markt und die Aufsichtsbehörden liefern und nehmen einfach diese Risiken raus aus unserem Portfolio, ohne dass unser Wachstum zurückgeht, darauf werde ich auch nochmal kurz drauf kommen, ohne dass unser Wachstum zurückgeht, nehmen wir aber die Risiken, die jetzt in den Büchern drinstehen und verkaufen die an Blackstone oder irgendjemand anders. Was passiert dann? Naja, dann hat der Bearcase, dann haben die Shortseller, wetten dann auf ein Ereignis oder sichern ein Ereignis ab, Hedgen-Ereignis, das gar nicht eintreten kann, weil selbst wenn die Ausverraten dann fallen, trägt nicht Sofa das Risiko, sondern Blackstone oder eben wer auch immer, der Verkäufer dieser Absicherungen. Dann würde es meiner Ansicht nach dazu führen, dass sich eben diese Shortseller, diese ganzen Bearcases, dann versuchen irgendwo ein anderes Opfer zu suchen. Das alleine wird schon zu einem deutlichen Kaufdruck oder könnte zu einem deutlichen Kaufdruck führen, weil sich eben diese Shortseller eindecken, weil sie einfach hier keine weiteren Spekulationsmöglichkeiten mehr sehen, weil eben dieses Ereignis nicht eintreten kann. Meiner Ansicht nach korrigiert Sofa jetzt also praktisch aufgrund ihrer Sicht, okay, wir sichern uns ab für eine wirklich schwierige Phase, indem wir jetzt mal noch stärker auf Qualität achten, indem wir jetzt wirklich unsere Kreditausgabe ein bisschen weiter zurückfahren, noch mehr Qualität in den Büchern haben und die Kredite, die jetzt irgendwie noch laufen, lassen wir auslaufen und unser Volumen an sich bleibt erstmal gleich. Das könnt ihr auch hier zum Beispiel sehen, erstes Quartal 2024 und auch im Übrigen, sorry, wenn ich jetzt wirklich sehr, sehr detailliert und wirklich sehr tief reingehe, aber das gibt es hier nun mal auf dem Kanal, deswegen ist es so. Wenn du irgendwie in Zukunft noch mehr sehen willst, also keine Ahnung, noch ein anderes Unternehmen, wir haben uns vor kurzem das Paradox angeschaut, Quartalzahlen, Ausblick, SoFi, wenn du jetzt keine Ahnung, Paypal haben willst oder noch andere Unternehmen, bitte einfach mal unten als Kommentar schreiben. Ich bin selber in all diese Unternehmen investiert und ich versuche jetzt nicht hier einfach nur mal euch die Zahlen wiederzugeben, sondern versuche auch einen Ausblick zu geben und viel, viel intensiver in die Aktien und Unternehmen reinzublicken, als man vielleicht irgendwo anders noch auf YouTube oder allgemein in den Analysen zu sehen bekommt. Also, falls es dir gefällt, schreibt mir erstens, welches Unternehmen ich gerne sonst noch anschauen soll und klar, hinterlass natürlich ein Like und ein Abo, das hilft mir dann auch weiter. Was man jetzt auf jeden Fall sehen kann, ist, wenn man jetzt mal vom vierten Quartal auf das erste Quartal bei SoFi blickt, das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt Personal Loans, das ist jetzt das vierte Quartal, seht ihr hier 15,3 Milliarden in den Büchern stehen. So, jetzt, wenn wir mal ein Quartal weiter blicken, oh, wir haben die Anzahl reduziert, also spricht das Ganze wiederum dafür, dass SoFi eben seinen Schlachtplan weiter ausführt und das Risiko, was in den Büchern steht, auslaufen lässt, gewissermaßen. Man lässt es auslaufen, aber das heißt nicht, dass man jetzt hier Marktanteile in dem Sinne verliert. Man gibt sie freiwillig ab in diesem Risikobereich, der vielleicht ein bisschen höher einzuschätzen ist und behält die Kunden, wo ein deutlich geringeres Risiko haben. Und ich kann mir vorstellen, dass eben genau das weiter eintrifft, das heißt im zweiten Quartal, deswegen war auch Q2 vom Ausblick her schwächer, das heißt im Q2 wird genau das weiter fortgeführt werden. Man wird auch wahrscheinlich wieder mehr Personal Loans auslaufen lassen, mehr Risiko auslaufen lassen und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in naher Zukunft eben, könnt ihr gerne in den Nachrichten dann verfolgen, dass SoFi eben diese Ausfallraten oder das Risiko dieser Ausfallraten verkaufen wird an Blackstone oder wen auch immer. Also die Käufer dieser oder die Verkäufer dieser Versicherung mehr oder weniger, die werden mit SoFi kooperieren und dann wird eben dieses Risiko in den Büchern von SoFi langsam aber sicher noch stärker auslaufen und jetzt stellt sich die Frage, okay, aber was ist dann der Nachteil? Weil ich meine, wenn ich so eine Art Versicherung kaufe oder wenn ich das Risiko ja an jemand anders gebe, der will sich das ja bezahlen lassen, keiner kauft ein Risiko ohne sich dafür zu bezahlen zu lassen, dann wäre das für SoFi ja negativ, weil ich meine, genau das ist ja eine Aufgabe der Bank auch das Risiko zu tragen und dadurch auch Margen zu generieren, indem man von der einen Seite hier die Deposits nimmt, also die Einlagen der Kunden und dann vergibt an irgendwelche Kreditnehmer und dann hat man jetzt hier einen Spread von 7, 8, 9, 10% und in diesen 10% muss man natürlich ein großes Teil ein Risiko abdecken und zum anderen Teil zahlt man eben seine Mitarbeiter und sonst was mit damit, also praktisch dieses Zinsgeschäft, was eben die Banken führen. Wenn man jetzt eben einen großen Teil dieses Risikos aber abtreten will, dann wird man ja auch die Earnings, also praktisch den Ertrag ja mit abtreten müssen. Richtig, aber das ermöglicht dann eben eine ganz spezielle Möglichkeit, die SoFi so hat und vielleicht viele andere Banken so nicht haben, weil eben SoFi ja nicht nur ein Studentenkreditverleiher ist, also nicht mehr und nicht nur irgendwelche Kredite im Allgemeinen verleiht, sondern und da kommt jetzt wirklich diese spezielle in diesem Bullcase mitzutragen, dass SoFi vor allem ein Unternehmen ist, ein Fintich und ein Bankunternehmen ist, das massiv wächst, auch außerhalb von den Kreditbereichen. Seht ihr hier Total Lending Products und das Verhältnis, wie sich hier die restlichen Produkte zu diesem Kreditvermögen entwickelt haben. Das heißt, wir haben heute das 5,9-fache an anderen Produkten gegenüber den Kreditprodukten. Vor ein paar Jahren war es nur das Vierfache. Das heißt, die Anzahl der anderen Produkte nimmt deutlich stärker zu. Was bedeutet das jetzt? Nun, könnt ihr euch selber ausmalen. Das heißt, ich nehme jetzt das Risiko, das in den Büchern steht, verkaufe das, sage dann, okay, jetzt dadurch gewinne ich auch weniger oder habe ich weniger Marge jetzt insgesamt. So, was kann ich aber dafür machen? Nun, ich kann ja die Anzahl der vergebenen Kredite wieder ansteigen lassen. Das wird vor allem dann interessant, wenn die Kreditraten in den USA sinken. Das heißt, in den USA wird, kann man abschätzen, vielleicht irgendwann im nächsten Jahr, vielleicht auch Ende dieses Jahres, werden die Zinsen von der Zentralbank wieder nach unten geschraubt, erst langsam, dann vielleicht wieder schneller, je nachdem, ob es eine Rezession gibt oder nicht. Auf jeden Fall werden die Kreditzinsen sinken und dann werden ganz viele Personen in den USA versuchen wollen, ihre Kredite, diese teilweise vielleicht noch zu größeren Zinssätzen aufnehmen mussten, zu refinanzieren und dann werden sie sich Unternehmen und Banken suchen, wo sie sehr günstige Kredite bekommen zur Refinanzierung. Und dann wird soviel dastehen, mit einer sehr hohen Cashquote, da können wir wieder runter gucken, mit einer sehr hohen Cashquote und der Möglichkeit, auch weil man eben sehr viel Geld von den Kunden angezogen hat, sehr günstig und zu massiven Volumen Kredite zu verleihen, ohne dabei das Risiko tragen zu müssen, weil das wird man ja weiterverkaufen und das muss man ja dann auch gar nicht, denn wichtig für Sofa wird es dann sein, einfach nur eine sehr große Anzahl an Kunden zu gewinnen. Jetzt kann das hier irgendwie so ein kleines Szenario nur in meinem Kopf sein, aber anders kann ich es mir nicht erklären, wie so beispielsweise auch vom CEO oder vom Management gesagt wird, wir werden zu einem gewissen Zeitpunkt sehen, dass wir eine Million Mitglieder reinbekommen werden und genau dieses Szenario, wenn dieses Szenario so eintritt, sehe ich eine Million und mehr Mitglieder pro Monat oder pro Quartal sorry, nicht pro Monat, pro Quartal bei SoFi auftreten und die werden dann nicht nur Marge für SoFi generieren können im Sinne von Kreditgeschäft, sondern die werden auch viel dann über Kreditkarten, über andere Produkte, über Cross-Selling zu Versicherungen, über SoFi Money, über Trading Plattform und so weiter wird SoFi genau aus diesen Segmenten noch mehr aus diesen Kunden rausholen können, als das, was sie über das Kreditgeschäft verloren haben, weil sie das Risiko ausgelagert haben. Das ist jetzt ein sehr spezielles Szenario, das sehe ich aber tatsächlich eintreten. Ihr abonniert mich ja auch, nicht nur, weil ich euch jetzt die Zahlen wiedergebe, sondern auch euch sagen, wohin sich ein Unternehmen entwickelt. Und wenn ich mir diese einzelnen Produktanzahl runterbreche, dann gibt es immer noch Bereiche, wo SoFi beispielsweise SoFi Invest, beispielsweise das Kreditkartengeschäft, wo SoFi noch Verluste macht, wo es aber eben mit einer sehr starken Skalierung, mit einer größeren Memberanzahl, mit mehr Informationen und vielleicht noch ein bisschen mehr Investitionen, vor allem mal auf das Brokerage bezogen, wo SoFi dann mit einer größeren Anzahl an Member, mit einem größeren Hebel diese Produkte zu Nettoerträgen generieren wird können und dann eben genau dieses Szenario eintritt. Also hier habe ich ein ganz spezielles Szenario im Blick, was SoFi und das Management von SoFi wahrscheinlich tatsächlich verfolgen wird das nächste halbe Jahr und dann bis ins nächste Jahr, was eben dazu führen wird, dass wir ein sehr starkes Wachstum sehen werden und gleichzeitig die Bear Cases oder die Cases der Short-Seller dann nach und nach, ich will nicht sagen auseinandergenommen werden, aber zumindest die Risiken, auf die diese Short-Seller blicken, dann sich nicht mehr manifestieren können oder zumindest nicht mehr in diesem großen Rahmen manifestieren werden können. Und dann kommt vielleicht tatsächlich noch diese Tech-Plattform und auch hier muss man dazu sagen, ich blicke ja auch immer zur Konkurrenz rüber, also hier wie gesagt Markita, wenn es vor allem im Bereich vergleichbar zu Galileo, also praktisch digitale Kreditkarten, Finanztransaktionen, da ist Markita hier eher der Konkurrent und dann wenn wir eher auf Technisches blicken, also das ganze Banking-Core-Bereich, auch da wissen wir, dass das ein kompletter Wachstumsmarkt sein wird für die nächsten Jahre und vielleicht Jahrzehnte, weil eben ein Großteil der Finanzinstitute und Banken in den USA noch auf sehr, sehr alte Technologie setzen und die werden einfach wechseln müssen. Alleine schon aufgrund von regulatorischen Vorschriften, aber auch, weil diese sehr alten Banking-Cores auf sehr alte Technologie bezogen sind und dort dann halt auch eben sehr viel Ineffizienzen sind und hier gibt es jetzt eben einige Player, wie gesagt hier Fizz, Finastra oder Encino und dann auch eben wie gesagt Technisches beziehungsweise Galileo und dort muss jetzt nicht mal SoFi den Großteil an neuen Kunden gewinnen, sondern da reicht es eben einer von einigen Playern zu sein und hier muss man eben dazu sagen, aufgrund eben dieser sehr hohen Regulierungsvorschriften im Banking-Bereich braucht es teilweise einfach ein bisschen mehr Zeit, bis man tatsächlich einen Kunden gewonnen hat und dann implementiert hat und bis man dann erst die Umsätze sehen kann und bisher sehe ich ein Wachstum im Tech-Bereich oder auf der Tech-Plattform hier, wir können mal kurz rüber gehen ein bisschen ranzoomen, dass ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen könnt wenn wir uns hier mal anschauen Technology-Plattform dann seht ihr hier, wir hatten hier irgendwie im ersten Quartal 2021 noch einen Umsatz von 46 Millionen und jetzt haben wir den zweitgrößten Quartalsumsatz den es jemals gab mit 94 Millionen das wird früher oder später 100 Millionen übersteigen und danach weiter wachsen ob das jetzt mit 20% wächst oder 25% sei erstmal dahingestellt in der aktuellen Bewertung ist meiner Ansicht nach nicht mal die Tech-Plattform überhaupt abgebildet das heißt wenn man hier 20% von Jahr zu Jahr über die nächsten Jahre wachsen wird so wie es auch das eigene Management dann eben entsprechend ausgibt man sieht auch hier Tech-Plattform Grow 20% und dann auch die nächsten Jahre 25% Wachstum stellenweise bis ins Jahr 2026 darüber hinaus dann wird es schon ausreichen das heißt wir haben hier eben einen sehr hohen Spannungsgrad der am Aktienkurs zieht dieser Bearcase den ich jetzt gerade dargelegt habe den Bullcase und je nachdem welcher dieser Cases als erstes wegbricht der wird eben dafür sorgen dass wir eine sehr starke Kursreaktion sehen die eben zu einem deutlich steigenden Aktienpreis oder zu einem fallenden Aktienpreis kommen wird ich persönlich gehe davon aus eben dass das Management hier im Grunde sich immer an die eigenen Vorgaben die man bisher auch immer erzielen konnte gehalten hat und ich habe einfach im Moment keinen Zweifel dass das Management auch weiter weiter liefern wird es gibt mir keine Anzeichen hier irgendwie ja irgendwie irgendwas Kritisches zu sehen weil es eben wie gesagt jedes Mal wenn man etwas sagt wird es erfüllt und danach übererfüllt und ich sehe hier einfach sehr viele Möglichkeiten wie man hier diese Risiken herausnehmen kann und eben das Unternehmen weiter zum Wachstum bringen kann und dann wird es meiner persönlichen Ansicht nach irgendwann dazu führen vielleicht ist es Ende diesen Jahres vielleicht ist es nächstes Jahr so meine persönliche Ansicht wie gesagt keine Finanzberatung bitte macht selber im Bild aber ich gehe davon aus dass wir irgendwann den Fair Value des Unternehmens sehen werden und der liegt meiner Ansicht nach schon heute bei 13 bis 14 Euro und dann heißt es steigt der Aktienkurs meiner persönlichen Ansicht nach relativ schnell in dieses Ziel Level und dann werden wir einfach mal weiterschauen liefert Tech weiterhin ab kann man weiterhin Kunden gewinnen dann wird das eine sehr starke Zukunft für SoFi bedeuten ich habe jetzt folgendes gemacht nach den Quartalszahlen ich habe hier noch mal mir ein bisschen Aktien ins Depot gelegt könnt ihr auch hier sehen ich habe mir jetzt übrigens gekauft Paradox noch mal Meta Amazon SoFi wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video vielen Dank für's Zuschalten bis zum nächsten Mal dein GD ciao